Hallo zusammen, hier ist wieder Otschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assets unterwegs. Und zwar wollte ich heute mit euch über eine Geschichte sprechen. Und zwar hat Blizzard so ein bisschen den Kampf gegen die Auktionshaus-Lags angefangen. Der ein oder andere wird vielleicht mitbekommen haben, dass seit BFA-Start das Auktionshaus relativ langsam ist. Man braucht ewig, bis man was scannen kann, beziehungsweise bis man was rauskaufen kann. Und dementsprechend wollten sie da ein bisschen gegensteuern. Und sie haben vor allem dahin gegengesteuert, dass viele Leute einzelne Stacks einstellen oder halt Einser-Stacks einstellen von Materialien. Und dementsprechend das AHA viel, viel mehr Seiten kriegt und deswegen einfach langsamer wird. Und ich habe da schon mal ein bisschen das vorbereitet. Ich habe mir nicht nur das Auktionshaus-Mount gekauft, um das zu zeigen. Nein, das hatte ich schon vorher gekauft. Aber ich habe mir jetzt mal ein Stack von Materialien übergelassen. In dem Fall Leder. Ich habe mal mein Inventar aufgeräumt. So sauber sieht man es selten. Und zwar, um was es hier genau geht, ist darum, dass sie den Preis von Einzelstecks erhöht haben. Jetzt machen wir mal hier eine Demonstration. Heißt, ich habe jetzt ein Leder, was ich einstelle. Und das würde mich kosten 69 Gold. Jetzt gehe ich mal hier auf den Preis, den ich vorher schon eingestellt habe. 73 Gold. Das hängt auch mal ein bisschen von dem Einstellpreis ab. Aber wir sind jetzt mal bei 3 Gold und 68 Silber. Da ist der Einstellpreis von einem Leder. Insgesamt bei 73 Silber und 60 Kupfer. Jetzt stellen wir mal 2 ein. Und ihr seht, es verändert sich nichts. Also ich stelle einen Stack von 2 ab und es verändert sich nichts. Jetzt tue ich hier mal 200 einstellen. Ihr seht, es verändert sich was. Ich zahle für ein Stack von 200, zahle ich gerade mal 73 Silber und 90 Kupfer. Heißt, ich zahle für ein Stack von 200 genau 30 Kupfer mehr als ein Stack von 1. Wenn ich das Spielchen jetzt andersrum mache und sage, ich stelle hier einen Einserstack ein. Gehe aber her und stelle 2 Einserstacks ein. Seht ihr, kostet es mich das Doppelte. Mache ich 3, kostet es mich das Dreifache. Mache 4, das Vierfache. Und es geht immer so weiter. Wenn ich jetzt die 200 einstellen möchte, aber jemals ein Einzel-Stack, seht ihr, kostet mich das 147 Gold. Und ich würde dadurch nur, ich glaube 700 Gold sind es etwa, was ich in etwa machen würde. Also ich hätte eine immense Summe an Einstellen. An Einstellkosten, wenn ich das Ganze wieder andersrum mache. Also sprich 1 Stack, A200 einstelle, bleibe ich einfach bei den 73 Silber und 90 Kupfer. Also ihr seht, irgendwelche Materialien einzeln einzustacken. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Null Nader Niente. Bitte stellt keine Einzel-Stacks ein. Erstmal, ihr zahlt einfach nur drauf. Und zweitens, ihr slowt dieses Scheiß-Aha so kaputt, weil alles ewig dauert. Also stellt bitte keine Einzel-Stacks ein. Wenn ihr es jetzt schon nicht gemacht habt, weil es abfuckt, dann macht es wenigstens dadurch, dass ihr einen Haufen Gold verliert, wenn ihr es denn tut. Und ich, ehrlich gesagt, kaufe immer große Stacks, weil ich keinen Bock habe, 200 Mal einzeln zu drücken. Also es geht wahrscheinlich vielen so, dass sie da wenig Lust drauf haben. Genau. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zur Ergänzung. Es ist natürlich so, dass das die Einstellkosten sind und sollten eure Auktionen verkauft werden, kriegt ihr quasi diese Einstellgebühr wieder zurück. Ja, also die ist nicht weg. Theoretisch könntet ihr natürlich jetzt sagen, ich stelle trotzdem Einzeldinger rein. Die werden ja eh alle verkauft, dann kriege ich mein Gold zurück. Das könnt ihr natürlich machen. Wie gesagt, ich und ich denke mal viele andere rühren diese Einzeldinger gar nicht an, weil es auch schon viel zu lange dauert, immer die Einzelteile anzuklicken und einzeln rauszukaufen. Ja, soweit dazu. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, von der ganzen Geschichte. Ich muss sagen, es ist eine vernünftige Geschichte. Ich finde es gut, dass sie es so gelöst haben. Ich hätte schlecht gefunden, wenn Blizzard hergegangen wäre und die Auktionen begrenzt hätte, dass sie gesagt hätten, hier, man kann nur 50 oder 100 Auktionen insgesamt erstellen oder man kann von einer Auktion nur 20 erstellen zum Beispiel. Das hätte ich nicht gut gefunden, weil das ein zu sehrer Eingriff wäre in die Selbstbestimmung und ich habe das immer ganz gern unreguliert, muss ich sagen, solche Geschichten, dass ich selber ein bisschen bestimmen kann. Das über einen Preis zu regeln macht Sinn, weil man die Leute halt daran greift, wo sie vielleicht dann auch Interesse haben und zwar am Gold. Sie wollen Gold verdienen und wenn sie natürlich ineffizienter wirtschaften, wenn sie es einzeln einstellen, dann werden die meisten Leute, die es wissen und deswegen mache ich auch unter anderem das Video, um euch ein bisschen darüber zu informieren und euch dazu zu bewegen, dass ihr keine Einzelstecks mehr einstellt, ja, dahin ein bisschen zu bewegen. Genau, das war es mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich so ein bisschen die Informationen bieten und ich hoffe, ich bewege euch dazu zum großen Stack einstellen und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere mir einen Kommentar drüber schreibt, was er da von der ganzen Sache hält. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.